Du hast einen Wunsch und das ist mit deinem Hund einfach mal entspannt in den Urlaub zu fahren, ohne Angst zu haben, dass er andere Hunde anpöbelt oder Menschen oder spielende Kinder belästigt. In diesem Video gebe ich dir 5 Tipps an die Hand, damit dein Urlaub mit dem Hund entspannt und einfach schön wird. Geht los! Herzlich willkommen zurück bei DogmaTV. Ich bin Dogma und in diesem Video werde ich dir ein paar Tipps geben, wie du den Urlaub mit deinem Hund ganz entspannt gestalten kannst, wo du keine Angst mehr haben musst, dass er fremde Hunde anpöbelt oder Fahrradfahrerjagd oder andere Menschen belästigt. Du kannst einfach nur deinen Hund einpacken und entspannt in den Urlaub fahren. Zunächst ist es natürlich wichtig, die Laienführigkeit zu ihm. Wenn es mit der Leine funktioniert, dann ist das eigentlich schon die halbe Miete. Denn wenn dein Hund nicht an der Leine zieht, dann kann er doch auch mal bellen. Schlimmer wäre es doch umgedreht. Denn Hund zehrt die ganze Zeit von links nach rechts. Welt dafür nie. Also das muss man natürlich für sich selber abwägen. Natürlich ist es am schönsten, wenn dein Hund einfach wie ein Roboter neben dir läuft und einfach nur funktioniert. Aber du weißt es und ich weiß es. Die Realität sieht nun mal ganz anders aus. Und natürlich ist auch alles für den Hund neu. Es riecht nach anderen Hunden und nach Muscheln, wenn du zum Beispiel ans Meer fährst. Und alles riecht nun mal anders. Und natürlich wird dein Hund da auch ein bisschen nervös. Und da zählt natürlich auch wieder ein Stück weit die Toleranz und Akzeptanz gegenüber deinem Hund. Du hast nun mal einen Hund an der Leine. Was soll er denn machen? Als schnuppern wollen, als markieren wollen. Vielleicht auch mal einen Wellen oder einem spielenden Kind mit dem Ball ein bisschen beim Ballspielen behilflich sein möchte. Oder einfach ein bisschen mittoben. Klar, das musst du natürlich abwägen, dass nicht alles perfekt sein wird. Aber du bist auf einem guten Weg dorthin. Die Leinenführigkeit ist das A und O. Dein Hund sollte nicht an der Leine ziehen. Zumindest nicht permanent. Und dass du ewig gestresst bist und dein kleiner Hund ewig gestresst ist. Oder dein großer Hund ewig gestresst ist. Dadurch alle gestresst sind. Und wenn ich jetzt nochmal dreimal Stress sage, dann sind wir alle total entgestresst. Also kommen wir mal zur Leinenführigkeit. Tipp Nummer 1. Das Belohnungssystem. Belohne deinen Hund, wenn er an der Leine geht, ohne zu ziehen. Du kannst ihm ein Leckerli geben oder ihn loben, um sein Verhalten zu verstärken. Das bedeutet, wenn du in den Urlaub fährst, steck mal ein bisschen besseres Futter ein. Es muss doch nicht immer das stinknormale Trockenfutter sein, was er jeden Tag bekommt. Du kannst ihm Hähnchen kochen oder du nimmst die Leckerli, wo du weißt, da fährt dein Hund richtig drauf ab. Du kannst aber auch zum Beispiel ein Schweineohr nehmen, wenn dein Hund gerne Schweineohren knabbert. Denn es gibt doch nichts entspannteres, als sich eine Decke mitzunehmen, auf dem Strand auszubreiten. Der Hund bekommt vielleicht auch eine kleine Decke und dann bekommt er sein Schweineohr. Und ihr könnt zusammen in die Weite ein bisschen träumen. Und dein Hund hat auch zu tun. Er hat dann eine Beschäftigung und durch das Kauen wird er auch Stress abbauen, was wieder positiv ist. Und er kann Leute beobachten, fremde Hunde beobachten und merken, dass gar nichts Schlimmes passiert. Also nimm dir vielleicht auch ein bisschen was zu knabbern für deinen Hund mit, was er nicht eins, zwei, drei so wegfuttern kann. Für unterwegs natürlich kannst du ein gekochtes Hühnchen zum Beispiel nehmen, das dir dein Hund an der Tasche klebt. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Umso besser das Futter, also umso stärker die Belohnung, umso besser laufen die Hunde an der Leine. Jetzt kannst du sagen, oh, es ist mir zu futtermotiviert. Aber du kannst es dir auch schwieriger machen. Ist klar. Hier der einfachste Weg. Nimm gutes Futter. Tipp Nummer zwei. Tempowechsel. Ändere während des Spaziergangs dein Tempo, indem du manchmal schneller, manchmal langsamer und manchmal gar nicht gehst. Dein Hund wird lernen, auf dich zu achten, um dir zu folgen. Wenn du meine Videos schon kennst, dann weißt du ja, es ist total wichtig, dass sich der Hund an dir orientiert. Sprich, die Orientierung am Menschen. Oftmals ist es so, du gehst mit deinem Hund spazieren und guckst nur auf deinen Hund. Was macht er? Wo will er hin? Wo will er markieren? Ach, okay. Zwei Meter Leine reicht ihm nicht, um sein Geschäft zu machen. Dann gehst du halt noch drei Meter mit in den Busch hinein. Der Hund, der soll es ja schließlich bequem haben. Na, fühlst du dich schon ein bisschen ertappt? Ja, das ist aber kein Problem. Das geht vielen Leuten so. Versuch einfach darauf zu achten, dass dein Hund dir hinterher geht. Dass dein Hund auf dich schaut. Und wenn das nicht so ist und dein Hund vorläuft, dann dreh einfach um. Oder bleib mal stehen. Und guck den Hund dabei nicht an, sondern guck mal dabei einfach in die Weite. Bis sich dein Hund beruhigt hat, damit er merkt und lernt, es geht nicht alles nur um den Hund. Dritter Tipp, die kurze Leine. Verwende eine kurze Leine, um deinem Hund zu signalisieren, dass er in deiner Nähe bleiben soll. Wenn du noch eine gute Trainingsleine brauchst, dann guck mal gerne in die Beschreibung. Ich habe da extra eine tolle Leine für dich, die aus meinem Ebay-Shop stammt, die ich für dich qualitativ überprüfe. Und dazu gibt es auch weitere Videos, wie du diese Leine benutzt und wie du damit dein Training starten kannst. Check mal die Beschreibung aus. Vierter Tipp, die Konzentration. Konzentriere dich auf deinen Hund und seine Bedürfnisse. Wenn er abgelenkt ist, kann er anfangen, an der Leine zu ziehen. Du weißt ja, was dein Hund triggert. Versuch, diese Momente einfach zu umgehen oder zu vermeiden. Du siehst einen großen schwarzen Hund und du weißt, dein Hund reagiert auf große schwarze Hunde. Dreh dich weg, geh doch weg, dreh dich um. Geh einen anderen Weg. Du musst es nicht provozieren. Fünfter Tipp, die Trainingseinheiten. Beginne mit kurzen Trainingseinheiten von wenigen Minuten und steigere die Dauer und Intensität allmählich. Das kannst du auch im Urlaub machen. Ihr steckt aus dem Auto aus, dann bleibst du erst mal stehen. Warte, der Hund darf nicht gleich losrennen. Ganz, ganz entspannt und ganz allmählich. Und dann geht ihr los. Nur ein paar Meter. Dann bleib dir wieder stehen, dass dein Hund die Chance hat, alle Eindrücke aufzusaugen. Und dann geht es dir nicht schnell genug. Kein Problem. Zack. Du weißt, wo du hin willst. Und dann mach dem Hund ganz klar, dass du jetzt das Zepter in der Hand hast, dass du jetzt zum Strand willst. Und dann gehst du zum Strand. Und dann wird da nicht vorher noch drei Stunden geschnuppert. Du bestimmst die Intensität. Du bestimmst den Weg. Und der Hund orientiert sich an dir. Viel Spaß mit deinem Hund im Urlaub. Und bis zum nächsten Video. Ciao. Bis doch mal TV. Wenn du kein Video mehr verpassen willst, dann klick die Glocke. So. Oder so. Oder so.